Sarah und Tom mögen ihr Badezimmer am liebsten blitzeblank. Doch es gibt eine Stelle, die sie besonders stört. Die Hinterseite der Toilette, an der der WC-Sitz verankert ist. Staub und Dreck setzen sich dort schnell fest und hinterlassen einen unhygienischen Eindruck. Diesen Bereich sauber zu halten, ist knifflig und unangenehm. Es gibt einfach zu viele schwer erreichbare Stellen. Geht das nicht besser? Ja und ob. Der Harro WC-Sitz mit Take-Off ist die perfekte Lösung für eine schnelle und einfache Reinigung. Der komplette WC-Sitz lässt sich mit nur einer Hand abnehmen. Ganz ohne Werkzeug. Take-Off macht die Putzarbeit für Sarah und Tom gleich viel angenehmer. Sie reinigen ihre Toilette jetzt im Nu einfach und gründlich. Dank des Soft-Close-Systems genügt ein leichtes Antippen und der WC-Sitz schließt sanft und leise ganz von allein. Toll! Fragen Sie Ihren Installateur nach Harro WC-Sitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.harro-sanitary.com www.harro-sanitary.com Und Sie haben die Behandlung in die Hand abnehmen. Das ist einfach. Die Behandlung hat einen Weg. Das war's. Du bist.